Hallo liebe Zuschauer, ich habe zu Gast Jürgen Grabowski. Hallo Jürgen. Wir haben hier eine Challenge, wo drei Kiddies jeweils von jeder Mannschaft einen Ball spielen müssen über circa drei Meter in ein Viereck. Was ist dein Eindruck von den Kiddies? Ich bin der Meinung, dass sie unwahrscheinlich mit Freude bei der Sache waren und dass so zwischendurch sogar Ballgefühl erkannt wurde. Um mich festzulegen, wer gewinnt, ist relativ schwierig. Ich gehe sogar so weit und sag unentschieden.